Was ist denn los? Ich hab keinen Bock wegzugehen. Sicher, dass du nicht mit willst? Ja, bin ich. Viel Spaß. Glaubt ihr auch, dass es möglich ist, mit jemandem zu reden, auch wenn er schon gestorben ist? Wie, du willst mit Debbie reden? Ja. Debbie, falls du uns hören kannst, du fehlst mir. Kommt wieder runter. Es ist ein altes Haus. Oh mein Gott. Das bedeutet Hi, Freunde. Ich glaub, das ist nicht Debbie. Okay, und wer ist das dann? Ist da jemand? Das Ding, es verfolgt uns. Wer ist als nächstes dran? Als ihr in Kontakt getreten seid, habt ihr etwas Böse mit der Tür geöffnet. Ihr müsst doch einmal spielen, um es aufzuhalten. Ich spiele doch gar nicht mehr! Das ist gar nicht echt. Das ist nur ein Spiel. Witcher Das ist der Moment. arsaal.